Heute geht es um den Datenschutz, genauer gesagt um den Datenschutz beim iPhone. Für den Android könnte man es ein anderes Mal ein bisschen genauer anschauen. Aber um was geht es genau? Ich sage es im Podcast immer wieder, ich schreibe es im Blog immer wieder. Es ist wichtig, dass man seine Datensorge trägt. Ihr geht an eurem iPhone, scrollt ein bisschen runter bis zum Menüpunkt Datenschutz, da wo die Hand aufgehalten wird. Einmal drauf tippen und dann habt ihr hier alle möglichen Einstellungen und durch die möchte ich jetzt relativ zügig kurz durchgehen. Für alle, die möchten, wie immer gibt es unten auch Kapitelmarken, wo ihr das Einzelne anspringen könnt. Aber um was geht es ganz genau? Einzelne Apps, wenn ihr sie startet, fragen sie euch nach, dürfen wir euren Standort benutzen, deine Kamera Zugriff haben, auf das Mikrofon Zugriff haben und was auch immer. App Tracking ist auch so ein heisses Thema. Das möchte man nicht immer und manchmal klickt man das zu schnell weg. Das kann man auch im Nachhinein ändern. Aber zuallererst die Ortungsdienste. Wenn ihr nicht möchtet, dass generell eine App auf eure Ortung zugreifen kann, könnt ihr das abdrehen. Kleine Warnung, wie bei vielen anderen Geschichten, die nachher kommen werden, gewisse Apps funktionieren dann nicht mehr, dann müsst ihr das Einzelne freigeben. Dann könnt ihr aber bestimmen, darf eine App jetzt bei einer Ortung zum Beispiel nie darauf zugreifen, darf sie beim Abfragen, also beim Öffnen, soll sie euch hier regelmässig fragen und oder darf sie immer darauf zugreifen. Und hier drin habt ihr die ganzen Apps, die ihr installiert habt, könnt dann eine davon wählen. Hier zum Beispiel die Huawei Health App, gibt es übrigens auch ein Video dazu, hier im Kanal oben und unten verlinkt. Darf nie beim nächsten Mal Verwenden zuerst anfragen, beim Verwenden der App oder immer. Ich habe selten bis gar keine App, die immer darauf zugreifen darf. Die meisten habe ich beim Verwenden, einige habe ich auch nie, zum Beispiel Facebook und Co. Ganz neu, also relativ neu, glaube ich seit iOS 15, bin aber nicht ganz sicher, könnte auch 14 gewesen sein, kann man auch den genauen Standort freigeben, wirklich auf den Meter genau oder eben so knapp, also quasi der Stadtteil bei grösseren Städten oder in der Stadt, wo man sich befindet. Je nach App muss sie nicht immer ganz genau wissen, wo ihr seid, zum Beispiel wenn ihr Lotto spielt, dann muss die nicht wissen, wo ihr gerade jetzt seid. Wenn ihr aber eine App nutzt wie Swarm, wo ihr euch einloggen müsst irgendwo, solltet ihr natürlich den genauen Standort haben. Das könnt ihr hier drin festlegen. Das natürlich für all die ganzen Apps. Dann das Tracking. Dürfen Apps euch, und das ist ganz wichtig, ausserhalb der App, also das heisst nicht, wenn ihr in Facebook sind, drin tracken, das tun sie sowieso, das könnt ihr mit ein paar Tricks auch verhindern, aber jetzt nicht so, falls das interessiert, unten in die Kommentare über Social Media oder E-Mail. Hier geht es darum, dass zum Beispiel eben Facebook, wenn ihr aus Facebook rausgeht, rüber zu dem Speedtest, zu der To-Go-To-Go-App oder was auch immer geht, wenn sie da mittracken dürfen. Das würde ich generell bei Facebook und Google-Produkten abdrehen. Noch viel mehr Sinn macht das, und dafür hassen mich jetzt all die Marketeers hier in diesem Internet. Ja, abschalten und auch bei neuen Apps nicht erlauben, denn nein, das braucht es einfach nicht. Apps sollen nicht wissen, was ihr in anderen Apps so treibt. Ja, genau. Fertig des Vortrags hier. Dann natürlich, welche App darf auf die Kontakte zugreifen, falls ihr da mal was abgegeben habt, wo es nicht darf. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, ich habe nichts, doch, sagen wir Instagram, darf nicht auf meine Kontakte zugreifen, zack, hier abgewürgt, sie haben keinen Zugriff auf eure Kontakte mehr. Und das könnt ihr für alle Apps, wo ihr es mal erlaubt habt, und oder die Anfragen hier festlegen. Das gleiche gilt für einen Kalender. Welche App dürfen auf den Kalender zugreifen? Zum Beispiel Facebook darf das bei mir nicht, andere wiederum schon. Dann die Erinnerungen, ist das gleiche. Fotos, auch hier ganz wichtig, ihr könnt Zugriff auf die volle Fotolibrary geben oder eben auch nur auf beschränkte Alben etc. Das könnt ihr hier drin festlegen. Falls ihr mal ein Foto auf Facebook verwenden möchtet, müsst ihr natürlich da Freigabe geben. Für Instagram ist das gleiche. Und für all die anderen Apps, auch Fotobearbeitungsprogramme etc. sind hier mit drin. Auch das könnt ihr mal rausputzen und mal ein bisschen Ordnung schaffen. Welche App darf bei euch auf Bluetooth zugreifen? Macht bei vielen Sinn, die das möchten. Bei einigen auch nicht. Deshalb mal kurz durchschauen. Aufs lokale Netzwerk. Ich habe hier diverse Apps, mit denen ich über das lokale Netzwerk arbeite. Aufs NAS zugreife und so weiter. Das muss dann da natürlich auch möglich sein. Was haben wir noch? Auch Mikrofon ist so ein typischer Ding. Facebook immer wieder mal mit Updates holen sie sich die ganzen ein. Hier gleich wieder entzogen. Das gleiche gilt für Insta, ausser man macht Storys und so weiter. Also hier ganz wichtig, falls ihr was abdreht, lieber mal was zu viel abdrehen. Wenn ihr später eine App wieder öffnet, fragt ihr euch schon wieder, darf ich jetzt auf deine Mikrofon zugreifen, auf deine Kamera etc. Und wenn ihr das dann als sinnvoll erachtet, macht das auch. Aber eben am besten ist mal wirklich alles ausmisten, was das anbelangt. Das gleiche gilt für die Spracherkennung. Das gleiche gilt für die Kamera. Die Zugriffe auf die Health-Daten, also Gewicht, Schritte, Herzschlag etc. Da könnt ihr für jede App separaten Zugriff geben. Wie stark, dass ihr das einschränken möchtet, haben sie auf alle Daten Zugriff und oder nicht. Bei meiner AutoSleep App möchte ich natürlich, dass die die ganzen Werte hat, weil ich möchte ja wissen, schlafe ich gut, habe ich Probleme, könnte ich Probleme bekommen etc. Da kann man eben, wie gesagt, das Ganze für sich selber entscheiden, wie überall. Dann Sensor und Nutzungsdaten. Das kann man anlassen, muss man nicht. Da geht es generell um Studien. Apple macht immer wieder, vor allem wenn es um die Apple Watch usw. geht. Studien rund um Gesundheit etc. Da kann man Zugriffe erlauben und oder auch nicht. Auch vergangene Daten können hier rausgelöscht werden. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. HomeKit, ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr Apps nutzt, die auf euren HomeKit-Daten und natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, die ihr hier drin habt, zum Steuern Zugriff haben dürfen, müsst ihr das natürlich hier drin freigeben oder abdrehen, wenn ihr das dann nicht möchtet. Welche App darf man auf Medien und oder auf Musik zugreifen? Wenn man die Google Maps App nutzt und darin Musik hört, steuert etc., muss sie natürlich Zugriff haben. Andere Apps auch, der Fernseher oder ein USB-Stick, der eine separate App dazu hat. Dann auf die Dateien und Ordner. Es gibt Apps, die dürfen da zugreifen. Macht Sinn. Der Safari darf zum Beispiel Daten runterladen. Wenn ihr das nicht möchtet, aus sicherheitstechnischen Gründen, falls ihr sowieso nichts runterladet, mobil auf dem iPhone, unbedingt hier abdrehen, weil dann ist auch die Gefahr nicht da, dass was Krummes runterkommt und so weiter und so fort. Office darf natürlich zugreifen. Die Fotos App, weil ich viel Fotos von hier auf den Rechner speichere über die iCloud. Das ist eine Möglichkeit. Und das mit dem Verschlüsseln. Auch dazu gibt es ein separates Video oben und unten verlinkt für euch. Dann die Bewegung und Fitnessdaten, hier nochmal separat aufgelistet. Es gibt Apps, wie die SBB Preview App möchte da dauerhaft Zugriff. Wenn ihr dann zum Beispiel dieses Fortick nutzt, müsst ihr selber für euch entscheiden, ob die das dürfen und oder nicht. Und dann der Fokus. Die App Fokus, sprich die Möglichkeit, verschiedene Fokus zu setzen. Ich bin an der Arbeit, bin am Schlafen, nicht stören oder Freizeit oder was auch immer. Diese könnt ihr, oder die haben natürlich Zugriff auf gewisse Eure Apps. Und auch die muss man natürlich eingestellt haben und oder nicht, wenn man es nicht möchte. Ganz wichtig ist hier natürlich auch Analyse und Verbesserungen. Generell könnt ihr hier festlegen, was analysiert werden darf. Zum Beispiel, wenn ihr Fehler in euren Apps drin habt, dürfen das Entwickler mitbekommen. Keine Angst, passiert immer in anonymer Version und somit nicht auf euch zurückverfolgbar. Natürlich auch Siri und Diktat. Ich nutze Diktat viel, ich nutze Siri viel. Ich möchte, dass das Ganze weiter verbessert wird, optimiert wird. Da das Ganze nicht über die Cloud geht, wie bei Google und dann ganz viel Food damit betrieben wird. Oder vielleicht auch, ich will Google nichts unterstellen. Aber eben, Daten bleiben hier auf dem Telefon, werden analysiert, anonymisiert, hochgeschickt. Damit kann ich auf jeden Fall gut leben. Das Gleiche gilt mit iCloud. Da bin ich jetzt ein bisschen restriktiver. Auch mit Fitness, mit Home etc. Da gibt es verschiedene Dinge, die ihr freigeben könnt und oder nicht, wenn ihr dann möchtet. Apple-Werbung. Auch Apple sammelt gewisse Daten in verschlüsselter Form etc. Das wissen wir ja. Da könnt ihr festlegen, ob personalisierte Werbung passieren darf und oder nicht. Es geht dabei nicht, wie bei anderen Herstellern, darum, personalisierte Daten zu sammeln und dann weiter zu verkaufen. Da geht es um die Apple-eigene Werbung, die du teilweise per Mail zugeschickt bekommst, wenn du die iCloud-Adresse etc. nutzt als E-Mail. Da drin bekommst du manchmal Werbung, wenn neue Produkte kommen. Das kann man hier aktivieren und oder eben auch nicht. Zu guter Letzt gibt es ganz unten noch den App-Datenschutzbericht. Und das ist besonders spannend, vor allem, wenn ihr jetzt das Ganze durchgegangen seid und gemerkt habt, boah, mein Gott, ich habe da ganz viele Freigaben gegeben. Da könnt ihr mal reinschauen, was alles bei euch analysiert wurde. Zum Beispiel, welche Apps zuletzt einen Zugriff gewährt haben auf Fotos, auf Mail etc. Das könnt ihr euch im Detail anschauen, wann das passiert ist. Und vor allem, wie häufig das Ganze passiert. Alles eben ist ein Bericht in dem Sinn, von dem her könnt ihr alles schön einschauen. Ihr seht, was Netflix zum Beispiel auf meinem Smartphone, alles, wo die Daten hingegangen sind, wo noch zusätzlich getrackt wurde, also welche Dienste Netflix noch mit einbindet. Und das ist hässlich viel. Deshalb überlegt euch, solche Apps zu nutzen und oder nicht. Es gisset nichts gegen Netflix, sondern generell. Schaut euch mal Facebook zum Beispiel an. Ihr seht auch Webseiten, die ihr viel besucht. Da seht ihr dann, welche die am meisten Tracking haben. Und komisch, Google ist da ganz mit vorne. Liegt daran, dass ich Facebook selten besuche, sonst wären die auch da mit vorne. Und ganz viele andere Seiten natürlich auch. Und auch sonstig kontaktierte Domains, die von eurem iPhone aus über irgendwelche Dienste angesurft werden. Das ist teilweise grausig, deshalb unbedingt geht die Punkte hier oben durch und macht wirklich alles mal raus, was ihr nicht denkt, brauche ich es, brauche ich es nicht. Lieber raus. Beim nächsten Mal, wenn ihr die App nutzt, könnt ihr das immer nochmals freigeben, wenn ihr es dann wirklich braucht. Ansonsten ist das Zeugs abgeschalt. Zu guter Letzt möchte ich euch hier oben bei den Ortungsdiensten noch ganz unten zeigen, nämlich die Apple-eigenen Systemdienste. Systemdienste, die sind ganz unten und vielleicht ganz wichtig, die Legende und deshalb, ich zeige es euch nachher auch, wie ihr das aktivieren könnt, ein violett umkreistes, ein violett umrandeter Pfeil, dass eine App unter bestimmten Umständen, die ihr vorher festgelegt habt, auf euren Standort zugreifen dürfen. Ein ausgefüllter Pfeil heisst, dass eine App oder ein Objekt vor kurzem darauf zugegriffen hat und ein ausgegrauter Pfeil heisst, dass in den letzten 24 Stunden von der App ein Zugriff gegeben wurde. Und wenn ihr es hier anschaut, zum Beispiel, jetzt habe ich draufgerückt, das Wallet hatte in den letzten 24 Stunden, ja, ich habe gestern was bezahlt, Zugriff auf meine Ortung und was haben wir hier? Wir haben nichts Aktives. Das liegt daran, dass ich heute noch nicht allzu viele Apps genutzt habe und oder keines darauf zugegriffen hat. Wo aber Zugriff gegeben hat, vor kurzem ist hier. Zum einen, ihr könnt hier Verschiedenes festlegen. Ich will hier nicht nur alles durchgehen. Ihr müsst auch für euch selber festlegen, was Sinn macht und nicht. Nutzt ihr Apple Pay zum Beispiel nicht, muss man hier oben das Ganze nicht aktiviert haben. Die Bewegungskalibrierung und Entfernung, finde ich, wenn man viel mit Navigations-Apps und Apps, wo man sich eincheckt, wie Swarm etc. zu tun hat, sollte man das anlassen. Geräteverwaltung, Homekit ist auch so. Je nachdem benutzt man es, benutzt man es nicht. Die Kompass-Kalibrierung, auch das, wenn man einen Kompass recht viel nutzt, dann sollte man das anlassen, dass er auch regelmässig kalibriert wird. Wenn nicht, kann man es deaktivieren. Das iPhone suchen würde ich unbedingt anlassen, weil ihr wisst ja, wenn es verloren geht und oder solche Geschichten und ihr kein Air-Tag in der Nähe habt mit dem Smartphone, das wird ja direkt gefunden. Auch das Netzwerk, Drahtlose etc., der Notruf, ortsabhängige Hinweise, hängt immer davon ab. Nutzt ihr solche Apps, die diese Dienste nutzen? Wenn ja, aktiviert lassen, wenn nein, nicht. Den Standort teilen ist genauso. Systemanpassungen, WLAN-Anrufe, finde ich extrem praktisch. Ich bin teilweise viel im Keller, unten habe ich WLAN, aber keinen Empfang, was das Telefon anbelangt. Und dann bekomme ich dann da den Anruf mit und sonst würde ich verpassen. Die Zeitzone einstellen, das ist etwas, das mache ich jeweils aus. Das macht dann Sinn, wenn man viel rumchattet auf dieser Welt früher, bevor wir Sorge zum Planeten getragen haben. Und da muss er nicht alle fünf Minuten checken, bin ich da jetzt in der neuen Zeitzone und oder nicht. Auch die wichtigen Orte. Ich finde das spannend zu sehen, wo Apple mich als wichtig verortet. Das kann man hier aktivieren und eben auch in dem Verlauf löschen, sprich deaktivieren, wenn man es nutzt. Ganz wichtig ist, wenn ihr hier was deaktiviert und dann im Nachhinein feststellt, dass gewisse Apps nicht so funktionieren, wie sie sollten und oder ihr euch das vorstellt, dann könnte es sein, weil ihr hier irgendetwas abgedreht habt. Also immer unbedingt wichtig, checkt das, falls ihr hier jetzt alles deaktiviert, weil vielfach, wenn ihr Videos hier auf YouTube oder auf TikTok etc. seht, wo es darum geht, Akku sparen mit dem iPhone, heisst hier immer alles runterdrehen und dann kommen die ganzen Leute in den Blog und fragen sich, weshalb kann ich die App nicht nutzen oder weshalb tut das nicht oder mein iPhone wird nicht mehr gefunden etc. Ja, ihr lustigen Vögel, glaubt diesen Menschen nicht alles, wenn es heisst, hier immer alles abdrehen. Denn gewisse dieser Dinge machen wirklich Sinn. Dann die iPhone-Analyse. Ich möchte, dass mein iPhone in den nächsten Jahren immer noch besser wird, als es jetzt schon ist. Deshalb lasse ich da natürlich auch gewisse Analysen über mich gehen. Ich weiss, bei Apple geht das Ganze in anonymisierter Form. Da habe ich keine Sorgen damit, dass das irgendwie verkehrt verwendet wird. Ich nutze die Apple Maps App, aber auch unter anderem Apps gehen gewisse Navigationsdienste und deshalb gebe ich auch die Routen und Verkehrsdaten frei. Das braucht mir nicht viel Akku, das kann mir keiner erzählen. Sicherlich braucht es Akku, aber nicht viel, denn ihr macht eh ständig Dinge an eurem Telefon, was die Navigation wieder bedingt. Deshalb, das passiert im Hintergrund und da auch vielfach auf Basis der Telefondaten, die sowieso aktiv sind. Das teile ich gerne, weil ich weiss, dass das nächste Mal, wenn ich Apple Karten und oder irgendeine andere Apps, die Apple Karten als Grundbasis nutzt, dann da auch die richtigen Daten bekomme, sprich eben eine genauere Daten bekomme. Verkehrsdaten, Verkehrsunfälle, Verkehrsstau etc. So, genügend dem Ganzen. Und ich möchte natürlich auch, dass die Karte verbessert wird, weil ja, ich nutze dieses Teil. Dann soll man das auch verbessern. Und ganz wichtig finde ich für mich, hier unten, ganz unten die Statusleisten Objekt aktivieren. Denn falls irgendeine App eure Status abfragt, seht ihr das hier oben immer. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Akku geht zu schnell zu Neige und ihr nicht die ganze Zeit auf Facebook oder auf irgendeiner anderen App rumsurft, die viel Akku brauchen, Videos schaut etc., Dann schaut mal hier drauf, wenn ihr seht, dass irgendwas zugreift. Könnt ihr ja immer noch hier in die Einstellungen gehen generell und schauen, welche App auf eure Ortungsdienste zugreift. Und das dann halt mal einschränken. Und nicht jammern, wenn der Akku leer ist und ihr gewisse Apps nutzt, die halt den Akku leer saugen. So, das war es jetzt, mein kleiner Rundumschlag zum Thema Datenschutz auf dem iPhone. Falls euch das gefallen hat und oder ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja unten in die Kommentare rein. Denn ansonsten freue ich mich auf bald ein weiteres Video mit euch. Und ja, wenn ihr mögt, geht doch mal in eurem Browser surft.pogipsi.ch-blog an. Da findet ihr neben Testberichten auch viele praktische Tutorials, auch zum iPhone, was ihr da noch für Dinge tun könntet, die vielleicht sinnvoll wären für euer Telefon. Ansonsten hat es auch ein paar interessante Geschichten. Geht mal vorbei. Abonniert diesen Kanal. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Sagt es euch weiter, sagt es weiter euren Kollegen, Kolleginnen. Die auch ein iPhone nutzen. Und ja, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. ... Untertitelung des ZDF, 2020